so kommt rein leute ich kann nicht rein ich werde es nicht schaffen wieso du kannst rein r l m d f noch mal r l m d f f ja schon voll scheiße ja jetzt haben wir zwei drin ja komm dann mach machen wir mal ja ja ich sag's ja die müssten 15 machen oder 20 das wird auch kommen also zwei impostors bitte merkt euch das und bitte macht eure quest tasks nennt sich das hier ich bin nur der meinung dass das viel zu schnell sonst geht jetzt bin ich genau falsch rumgelaufen das ist natürlich doof fabi ist tot orange dämon dogo sagt es ist orange dämon dogo 100 prozent nein sagt alone orange dämon dogo wer hat denn gemeldet warum orange er schreibt einfach nur dass es der war sagt wallah da er ist da er es ist ja ich kann doch nicht einfach dunkelgrün sagt es ist orange immer schwierig aber wenn es das denn nicht ist dann war es dämon dogo nur unbenannt alone nur unbenannt er solange nicht schietet ist alles okay so ich habe gewohntet heikanto jeder kann mitspielen ja klar das problem ist halt bloß die 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 wir sind nur es können nur zehn spielen ja das denn was in dem bass imposter du siehst ja hier wir haben wir noch einen wir haben wir noch einen jeder kann mitspielen ich sage jetzt viel besser mit zwei nein ich weiß nicht das ist halt geschmackssache die runde wäre jetzt schon vorbei ja was das ja du kannst auch streamen ich weiß nicht wieso du nicht streamst aber das machen wir wenn du dann nachher da bist jetzt muss ich mal gucken wo bin ich denn ich gehe mal hier ich habe heute den ganzen tag noch nichts gegessen willst du pizza wir haben eine pizza haben wir noch nein danke warum nicht ich habe schon gegessen was habt ihr Fischstäbchen daheim ja dann bringt bitte welche mir ich habe Hunger okay wie komme ich denn hier wieder raus wieso kann ich ihn hier nicht aufmachen kann jetzt jeder Türen aufmachen oder nicht nein nur der Imposter kann die Türen schließen nur schließen aufmachen gehen die automatisch oder du bist auf dieser einen Map wo du die mit diesen ja Tasten aufmachen kannst ja die zweite die zweite da kann man so drauf drücken ne ja so jetzt müssen wir mal gucken Dustin ist tot und Fabi ist tot okay wer hat gemeldet Bellia hellblau türkis meint er ja das Problem ist bloß die wollen ja jetzt türkis ist was ist ein türkis das ist türkis ne hier ist türkis jonas ist türkis ne hier ist pink wer ist es denn jetzt du weißt du ich bin farbenblind ich kann das alles nicht unterscheiden hier bitte türkis ist jonas den Namen sagen wer war es ich kann das nicht sehen für mich ist alles Leute wer war es denn jetzt jonas 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 okay ja das denn aber ich bin farbenblind für mich ist es oft schwierig das überhaupt zu unterscheiden ob für mich ist das keine ahnung manchmal sehe ich das manchmal nicht die wollen auch einen farbblind modus einführen aber ich sagte eins bis die das machen ist der hype schon wieder vorbei 24 zuschauer schön dass ihr da seid gibt ein abo drücken daumen ich werde morgen ab 7 uhr wieder streamen so meine damen und herren schön dass ihr da seid hier ist der nils und wir sind ja auf johnny and friends gaming und ich begrüße hier dämonen killer alex fern hier perad jillig dämon dogo john game das bin ich alone johnny das ist der inhaber des kanals der grüne alone maxi und slavik youtube slavik bist du auch ein youtuber hier die kurzen regeln ihr könnt auf deutsch chatten nicht cheaten tasks machen bitte und wenn ich der imposter bin dann werde ich den nicht spielen sondern dann machen wir das spiel neu los geht's schön dass ihr da seid ich bin der imposter ich gehe mal raus mach mal zwei leute ich gehe mal raus leute mach aber mal zwei oder lass mich erstellen das problem ist wenn wir zwei machen mach zwei das weiß viel interessanter und spannender ja aber dann ist das spiel schneller rum das spiel ist genauso lang nein weil die ja schneller die leute umbringen das sind die leute ja schneller weg außerdem fehlt ja einer das ist ein quatsch aber wir können es gerne mal machen weil ich habe ja jetzt gelernt ich soll ja auf andere meinungen hören so kommt rein leute ich kann nicht rein ich werde es nicht schaffen wieso du kannst rein r l m d f f noch mal r l m d f f ja schon voll ah scheiße ja jetzt haben wir zwei drin ja komm dann mach machen wir mal hier ja ich sag's ja die müssten 15 machen oder 20 das wird auch kommen crewmate also zwei impostors bitte merkt euch das und bitte macht eure quests tasks nennt sich das hier ich bin nur der meinung dass das viel zu schnell sonst geht jetzt bin ich genau falsch rum gelaufen das ist natürlich doof fabi ist tot hier orange daimontogo sagt es ist orange daimontogo hundert prozent nein sagt alone Orange, Dämon-Dogo, wer hat denn gemeldet? Why Orange? Warum Orange? Er schreibt einfach nur, dass es der war. Sag Wallah, da er ist, da er es ist. Ja, ich kann doch nicht einfach... Dunkelgrün sagt, es ist Orange. Das ist immer schwierig, aber wenn es Dustin nicht ist, dann war es Dämon-Dogo. Nur unbenannt? Alone, nur unbenannt. Ja, solange er nicht cheatert, ist alles okay. So, ich habe gevotet. Hi Kanto, jeder kann mitspielen. Ja klar, das Problem ist halt bloß die... Wir sind nur... Es können nur zehn spielen. Ja, Dustin war es in dem Bass, Impostor. Du siehst ja hier... Ah, wir haben ja noch einen. Wir haben ja noch einen, wir haben ja noch einen. Jeder kann mitspielen. Ich sage ja, es ist viel besser mit zwei. Nein, ich weiß nicht. Das ist halt Geschmackssache. Die Runde wäre jetzt schon vorbei. Ja. Einen guck. War es das? Ja. Du kannst auch streamen. Ich weiß nicht, wieso du nicht streamst, aber das machen wir mal, wenn du dann nachher da bist. Jetzt muss ich mal gucken, wo bin ich denn? Ich geh mal hier in... Ich habe heute den ganzen Tag noch nichts gegessen. Willst du Pizza? Wir haben eine Pizza, haben wir noch. Nein, danke. Warum nicht? Ich habe schon gegessen. Was? Habt ihr Fischstäbchen daheim? Ja. Dann bringt bitte welche mir, ich habe Hunger. Okay. Wie komme ich denn hier wieder raus? Wieso kann ich ihn hier nicht aufmachen? Kann jetzt jeder Türen aufmachen oder nicht? Nein, nur der Imposter kann die Türen schließen. Nur schließen. Aufmachen gehen die automatisch. Oder du bist auf dieser einen Map, wo du die mit diesen Tasten aufmachen kannst. Ja, die zweite. Die zweite, da kann man so draufdrücken, ne? Ja. So, jetzt müssen wir mal gucken. Dustin ist tot und Fabi ist tot. Okay, wer hat gemeldet? Bell, ja. Hellblau. Türkis, meint er. Ja, das Problem ist bloß, die wollen ja jetzt... Türkis ist... Was ist denn Türkis? Das ist Türkis. Nee, hier ist Türkis. Jonas ist Türkis. Nee, hier ist Pink. Wer ist es denn jetzt? Du weißt, ich bin farbenblind. Ich kann das alles nicht unterscheiden hier. Bitte den Namen sagen. Wer war es? Ich kann das nicht sehen. Für mich ist alles... Leute? Wer war es denn jetzt? Jonas. Was? Jonas, okay. Ja, Dustin, aber ich bin farbenblind. Für mich ist es oft schwierig, das überhaupt zu unterscheiden. Für mich ist das... Keine Ahnung. Manchmal sehe ich das, manchmal nicht. Die wollen auch einen farbblind-Modus einführen, aber ich sage dir eins, bis die das machen, ist der Hype schon wieder vorbei. 24 Zuschauer, schön, dass ihr da seid. Gebt ein Abo. Drückt einen Daumen. Ich werde morgen ab 7 Uhr wieder streamen. Er hat Glück gehabt, hat er. No one was ejected. Chai, Chai Break. Ich mache mal ein Quest weiter. Lalalalalala, lalalalalala. Ich habe noch was im Admin. Nee, er ist hinter mir. Oh, da kriege ich Angst. Alter, was hast du dir denn da wieder angefangen? Ich gebe dir wieder Medizin mit, okay? Hä, was habe ich mir eingefangen? Du klingst so total erkältet. Ich habe gegen mein Mikro-Auswahrseing geschlagen. Wie ist denn das, ähm, das Headset? Das ist richtig gut, muss ich ehrlich sagen. Für 20 Euro plus den Stecker, na? 30. Nein, 20. 30, ich habe 10 Euro draufgelegt. Hast du dir ein anderes gekauft? Dann mach mal ein Bild. Mach mal ein Bild. Ich habe dir schon ein Bild gemacht. Achso, wo muss ich denn hin? Ja, weil ich wollte mir das auch kaufen, weil da muss ich nicht immer mit dem Mikro rumtun. Mikro ist viel besser. Ehrlich? Na, aber der Ton bei dir ist perfekt. Ja, aber Mikro ist immer noch besser als Headset. Da ist wohl jemand getötet in der Menge. Ja, Belia, ne, oder? Dann votet als nächstes Dunkelblau. Yes, sir. Jonas, mach mal. Es war nee hier. Dunkelblau ist tot. Aber nee hier ist... Ja, irgendeine Art von Lila. Ich mach jetzt mal nee hier. I won't nee hier. Wenn es nee hier nicht war, dann war es alone. Ganz einfach. 26 Zuschauer. Hi, schön, dass ihr alle da seid. Tim S. Hi. Schön, dass du da bist. Bis jetzt sind wir verschont worden von Cheatern. Ich hab's gehört. Ja, sorry, alone. Sorry. Jetzt hab ich vergessen, wen ich wählen wollte. Ich bin so blöd. Ah, yeah. Ah, ha, 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 ha. Rehan. Rehan war was. Yay. Nee hier. Nee hier. Das sind alles so Namen, an die ich mich irgendwie erinnern kann. So, Leute, das war mal wieder eine Aufnahme hier von Among Us. Und wir sind hier auf dem Kanal von Johnny & Friends Gaming. Und Johnny ist müde. Das höre ich bis hierher. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Und bis dann. Euer John. Euer Nils. Ciao. Ciao.